Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Gut und scharf sehen zu können, ist für jeden Menschen von größter Bedeutung, leider aber nicht selbstverständlich. Mit der Augenoptikermeisterin Beate Bauer blicken Sie diesbezüglich einer beschwerdefreien Zukunft entgegen. Nach einer ausführlichen Beratung und Sehstärkenbestimmung findet das Team den an ihre individuellen Erfordernisse perfekt angepassten Sehbehelf. In der eigenen Werkstatt werden Reparaturen und Anpassungen sachgemäß vorgenommen. Weitere Leistungen des Optik1-Leistungsverbund-Mitglieds sind Führerscheinsehtests sowie die Erstellung von Pass- und Bewerbungsfotos. Inhaberin Beate Bauer ist Meisterin ihres Fachs sowie staatlich geprüfte Augenoptikerin und immer offen für neue Konzepte. Die bestens geschulten Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter und sind stets auf dem neuesten Stand der Technik. Augenoptikermeisterin Beate Bauer in Kassel – bester Service und Produkte in Spitzenqualität.